Oh, guck mal, das ist ja hier, also... Das war schon wieder ein Level, ne? Oh, guck mal, hier, da, hier, ganz cool, weißt du... Waffe oben auf der Schulter. Ja, genau, ding, di-ding! Das mit dem Piano find ich halt echt geil. Hier, jetzt ist die Zwischenbegrenzung. Ach, guck, worauf ballert der jetzt? Ja. Metal Gear Solid ist ja auch fies, da kannst du ja... Da musst du ja, um dieses neue, dieses Metal Gear Solid Phantom Pain, so einigermaßen da durchzublicken, musst du ja Peace Walker gespielt haben und Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Weil das ist ja diese... Naja, das ist ja diese Geschichte da aus den 60ern, 70ern und, ähm... Phantom Pain spielt dann ja in den 80ern irgendwann, ne? Ich glaub, 84. Ja. Ja, das machst du. Ja, das machst du. So, wo, wo hauen die jetzt... Wieso hauen die jetzt da alle ab? Oder ist das... Ne, die sterben alle. Und die werden auch reingesogen, oder was? Ne. Sind abgestürzt. Landen ist gut. Das war ne Punktlandung. Plopp. Plopp. Ne, ich hab nur zweimal Plopp gesagt. Floodgate. Floodgate. War das nicht mal ne Band? Es gibt ne Band, die heißt... Oder hieß Floodgate. Ja. Was sagst du jetzt gar nicht für mich? Was sagst du jetzt gar nicht für mich? Was sagst du jetzt gar nicht für mich? Ja. Scheiß, scheiß Floodgate. Ja, warte. Ja, warte. Ja, es wär ja witzig, wenn wir dieses Jahr noch, äh, Master Chief Collection durchspielen. Ja. Müsste ich mir nur noch ODST für 3 Dollar, 3 Pfund 99 runterladen. Ja. Das gibt wo meine Daten. Das gibt wo meine Daten. Das gibt wo meine Daten. Was? Wo? Wo stehst du denn du? Ach so, da unten. Oh Gott, wo bist du denn schon längst? Ja, ich bin auf dem Balkon, warte. Ja. Schieß ihn ab. Verfehlt. Na gut. Wären ja eh nur... Wären ja eh nur 10... 10 Gamers-Kopp-Punkte gewesen, ne? Ja. Scheiß drauf. Was? Ich hör sie schon. Wo ist ne Schottke? Hier sind Gegner... Hier sind... Was ist hier? Ist hier ne tolle Waffe? Ja. Oh Gott. Was ist das denn ey? Wie die Affen. Woa?! Ohhhhhh. Boahhhhhh. Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be. Buhh. Also wenn ich ne Gegnerrasse hasse, dann sind es die flatt, ne? Ja, ich, ich bin hier in der Ecke. Ich, ich komm hier nicht raus. ich hab ja ich schmeiß hier granaten aber ich treffe nix ich bin out of ammo ja das mache ich die ganze zeit hier ja genau weil die gar nicht verfolgen was ich habe keine granate geworfen das war ein glitch die sterben alle selber so ich muss nicht stopp bevor wir nee bevor wir weiterlaufen ich brauche neue waffen ich habe hier nix liegt noch was rum dahinten warte so shotgun nee assault rifle battle rifle battle rifle ja mann nummer ne carbine ist out of ammo also ich hab nur äh warte oh gott so wo sie ja das nimmt er manchmal mit soll ich hier rein hier ist was ist denn hier so ne mucke boom 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 oh god schwupps ja zahlreicher vor allen dingen habe ich so das gefühl naaa da kommen sie angesprungen hier ah scheiße nein hab ich nicht 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 aber ging ja noch grad gut ja oh gott tot du hast mich äh mit ein paar spikern erwischt so wie da drin ich muss mir mal kurz hier ist ein normaler waffenschrank hole ich mir dann nochmal die assault rifle genau jetzt hab ich wieder beide jetzt hab ich wieder carbine und assault rifle dann passt das hier ist ja kaum noch was hier ist alles frei checkpoint jetzt hab ich wieder munition ok äh was ist denn hier los guck mal guck mal hier guck mal hier zu hier ja hier da bewegt sich was ist das bau mit puppet granaten sehr schön Oh, ah geil, ich will ein Flammenwerfer, jedes Spiel sollte ein Flammenwerfer haben. Ja, gegen die Japsen, ne? Gegen die Japsen war das. Ich weiß jetzt nicht, wer da gesprochen hat, aber... Ne, die ist inviziert. Also, oder sogar schon beschlagnah? Ne. Ja. World at War hab ich sogar mal dreifach Koop gespielt, mit drei Leuten. Also, ich und noch zwei... und noch zwei andere. Joa, kann sein. Joa, aber ich... Es war auf jeden Fall ein netter Abend. Das hat immer mal ausgeliehen und dann... Ah. Ja. Du hast, äh, versprochen, dass ich hier heute noch einen Flammenwerfer sehen werde. Ach, du bist schon da oben, ja? Okay. Okay. Ja, her damit. Wow. Flame forward. Ha, ha, ha. Okay. Pick up a deployable cover. Ach, jetzt hab ich hier wieder so ne... Hab ich grade eingesammelt? Nein. Ich hab so ne deployable cover eingesammelt. So ne Blase. Geh mal ins Licht. Soll ich ins Licht gehen? Soll ich wirklich ins Licht gehen? Oh, hier ist ein Loch. Da durch. Oh, Katana sagt wieder was. Was? Wo geht's denn lang? Mal hier. Ich hab den ja geliebt, auch in Alien Isolation, ne? Seit... Seit... Nachdem ich den Flammenwerfer hatte... Hab ich mich... Richtig gut gefühlt. Ja. Also ich hab zwar ein paar erledigt, aber... Gibt's noch einen... in anderen Halo-Teilen Flammenwerfer? Also... Na gut, dann mach ich mit der K-Arbeit mal weiter hier. Wie kann man nochmal diese... äh, diese extra... Waffen hier aktivieren? Mit x, ne? Okay. Soldat, beruhigen sie sich. Shadow of Intent. Die Flügel sind in diesem Bereich. Wir haben das Flügel. Also, die... Warte mal. Tripmine könnte ich hier auswechseln. Hold RB to Swap for Tripmine. Wieso mach ich das? So, hab ich mal eingesammelt.